Neu auf RTL Plus Ich glaube, dass Menschen Träume brauchen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Herzlich willkommen im Kaufhaus Jonas. Wir heiraten und leben unser eigenes Leben. Du hast keine Ahnung, was es heißt, arm zu sein. Und das, was geschah, wird ungeschehen. Ich will nicht mehr an diesem Tisch sitzen. Ich will nicht mehr in diesem Haus leben. Stehen Sie! Man sagt, es schmeckt wie Sperma. Willen Sie Sperma? Ich dulde, dass du mich betrügst, aber ich lasse es nicht zu, dass du uns ruhen lässt. Ich glaube, ich bin schwanger. Die RTL Plus Eventserie. Jules Schwanger. Wenn ich an etwas glaube, bin ich bereit, mein Leben dafür zu geben. Das Haus der Träume. Jetzt streamen auf RTL Plus. Das Haus der Träume. Untertitelung des ZDF, 2020